Das STS-Programm der DKI kann ich empfehlen, weil man zum einen Einblicke in die Normung bekommt, aber auch weil man noch mal einen neuen Ansprechpartner hat außerhalb der Uni, der sich vielleicht mit dem Thema auskennt und auch beschäftigt. Das STS-Programm kann ich empfehlen, weil man eine wirklich attraktive Förderung erhält, also auch monetär, weil man Netzwerk aufbaut, weil man Know-how bekommt und Unterstützung, weil letztendlich, wenn man in dem Bereich arbeitet, man letztendlich auch die Ergebnisse nochmal oder ein Feedback bekommt auf die Ergebnisse und ein Feedback von seiner Arbeit. Also das bedeutet, ich habe halt viel mehr professionelle Leute, die über meine Arbeit drüber schauen und dadurch, also bekomme ich auch bessere Studienergebnisse, sag ich jetzt mal, aus dem Nähkästchen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Das STS-Programm kann ich empfehlen, weil man hier eine sehr gute fachliche Beratung erhält und auch mit Experten auf den jeweiligen Gebieten reden kann und weil man zusätzlich einen sehr guten Einblick in den Bereich Norm bekommen kann. Wir nehmen alles klar. Wir nehmen alles klar. War M起 Bis zum nächsten Mal.